Der letzte Punkt ist tatsächlich da oben. Mal gucken, ob ich hier einfach so rap-sheddern kann. Ja, sehr schön. Ah, hier muss ich auf der Seite an der Kante hoch. Ist ja heftig. Fui, ju, ju. Ich bin Nexus und ich bin Zombie-Töter. Alle Freaks kennen mein Namen. Oh, ich bin 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 Oh Oh, ich bin Oh Oh, ich bin 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 Oh, fast. Nicht ganz. IDF. Ich kriege eine Waffe, wenn ich alles töte. Ist ja cool. Nein, nicht. Schnellreise. Wir können noch ein paar Uhren abgeben, dann haben wir das auch. Das müsste reichen. Jetzt sind wir Stufe 3, auch hier. Cool. Ich glaube, bei Hot Springs, bei Tucker, sind wir als Stufe 3 da. Wegen den Waffen haben wir das damals gemacht. Bei RMI haben wir auch Stufe 3 gemacht, auch wegen dem MG damals. So, ich will mir die Waffen mal angucken. Ah, das ist die Stufe 5 Waffe. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Na dann. Na dann. Dann bis bald mal. Sagst du auch nur ein Ohr? Ich hab dich hier lange nicht gesehen. Ich dachte schon, ihr werdet nach Norden. Ohne mich. Warte, ich will ein Ohr hören. Warte, ich will ein Ohr hören. Nein, nein, wir sind nicht weg. Buzar, Buzar kann nicht mehr fahren, ja. Wir sind jetzt im Lost Lake Camp und ich glaube nicht, dass wir auf dem Fall fahren. Scheiße, Deke. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich meine, ich hab Gerüchte von draußen gehört, weißt du. Hey. Hey, pass gut auf dich aus. Wasch mich jetzt. Ich will meinen Beufel wieder nicht. Verstanden? Wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht. Ich glaub's ja nicht. Äh, wie mach ich das denn jetzt? Wie mach ich das denn jetzt? Shit. Ich glaub, ich fahr ein bisschen rum. Hey Damon, was macht das Leben? Hey, Moment mal. Sorry. Ich will draußen nicht ohne Sprit da stehen. Das steht fest. Springt mir gar nicht, Stufe 3 zu sein. Ah doch, hier. Oh, das sieht aber gut aus. Und er bringt... Ich hab halt schon den besten Rahmen drauf. Ach, das beste Lachgas. Auch die Räder, die ich draufhabe, sind wesentlich besser. Es bringt mir gar nichts, Stufe 3 zu sein hier. Und den Auspuff könnte man ändern, aber das macht nicht... Keinen großen Unterschied. Okay. Naja, dann haben wir es für die Waffe gemacht. Ist auch gut, oder? Wir haben es für die Waffe gemacht. Tja, so ergibt sich das eine und das andere. Wir fahren mal von der Seite von oben runter. Vielleicht hat es ja noch einen Banditencamp da. Obwohl ich bei den Rippern, das ist ja interessant, ne? Bei den Rippern im Rippergebiet nie Banditen gefunden habe. Ich glaub, die haben sich nicht getraut, da reinzugehen, weil die Ripper einfach total Banane sind im Kopf. Total Banane im Kopf. Das Ding hat ordentlich Schuss. Also wir fahren mal durch von der Seite hier aus. Oben hätte ich irgendeines Labern. Ich fahr die gerne über den Haufen. Ich will mal die andere Seite fahren. Die hier haben wir noch nicht erkundet. Theoretisch müsste ich da auch hinkommen über die Seite hier. Oh, okay. Warte, also da komme ich so scheinbar nicht rüber. Unten durch, virtuell. What the fuck, kann ich auf dem Baumstamm nicht fahren? Wir probieren es trotzdem. Ich will es wissen, ob es geht, Leute. Kann auch sein, dass ich mein Bike gleich versenke. Dann kämpfe ich ja. Scheiße. Ich habe nicht den Eindruck, dass das geht. Und hier irgendein Fahrzeug wegschieben kann ich auch nicht. Aber dahin kann man. Es sieht aus wie ein Gebiet, wo man eigentlich hin kann. Aha, es gibt Ripper-Camps. Ich muss ganz kurz was erledigen gehen, okay? Gleich wieder da. Da ist sie. Hier kann ich durch. Das ist gut sein, Schnuggi. Ich darf keinen von ihnen neben dem Karten lassen. Ich habe die Weitiger aneinander. Geheidee ist. Kürzlich. Geht's gut. Und hier ist er. Jevents, die ich nicht gut befassen habe. Ich gehst zu mir dann Overpower. Ich gehst zu mir wieder. Das ist gut. Ja, das hing ist gut. Ich gehst zu mir. Und hier ist so gut. Das ist gut. Hulk und Murat und Murat. zurück jetzt hab ich dich arschloch frei sind sie ich komme gleich zu dir sehr schön vollzug, ich brauche Deckungsfeuer wo redest, von wo steht, ah da oben leer, leer nur noch einer das war der letzte ihr werdet hier keine weiteren Hinterhalte mehr legen die sehen doch aus, als könnten sie hier einen unserirdischen Bunker haben, oder? eine Luke, ja, hier ist sie er hat sein Bike leider nicht versenkt, das ist aber lieb von euch mach ich einmal was gut auch nicht gut ja, die probieren zu leben wie die wie die Freaks die probieren einfach zu leben wie die Freaks die haben so einen anderen Klatsch so was ist das, eine Karte, Notizen, alles klar ja ich krieg Punkte bei Iron Mike, wenn ich hier was mache hätte ich das früher gewusst wo Iron Mike das ja gar nicht mag, wenn man hier rumwuselt oder mochte also doppelt mochte zu dem geben Zeitpunkt mochte er es nicht und zu dem Zeitpunkt jetzt ist er ja nicht mehr existent der liebevolle Mann der Gute aha, wenn ich von hier kann ich hier oben runterfahren und dann kann ich hier über die über die Brücke, ich verstehe hier scheint hinten auch nochmal ein Gang zu sein ein Wegchen und dann wird hier hinten nochmal ein Camp sein, ne? ich glaube das nehme ich auf dem Rückweg und gucken wir, ob da noch ein Camp ist dann kann ich vielleicht nochmal was bauen wir haben vorhin nämlich Annäherungsminen gefunden also so echte so vom Militär nicht das selber zusammengebastelte gedöhnt, sondern echte Annäherungsminen wie macht das so viel Spaß ich gehe einfach über den Haufen zu fahren der hat das Gise uns verraten an der Stelle ich habe tatsächlich damit gerechnet dass Gisoo eigentlich die Reaper die Reaper übernimmt die Reaper ne, ist ein anderes Spiel ähm, die scheiße, nein das ist eine Horde das ist eine Horde ich muss sie erledigen bevor Ricky hier ankommt sonst macht sie alle auf uns aufmerksam hey Busa äh, sag Ricky dass es dass es noch ein bisschen dauern wird weil, ähm uns steht hier ne riesige Horde im Weg eine Horde soll Ricky und ich kommen und helfen? nein, nein, nein ich, ich habe auf die harte Tour gelernt dass man das lieber alleine macht das reicht ja wenn einer um sein Leben rennt ja, okay außerdem, äh, sagt Ricky dass du jetzt, äh dass du jetzt der neue Sicherheitschef bist also, äh musst du ja naja, im Camp bleiben deine Marke polieren Leute rumscheuchen sowas ja, klar ich habe gar keine Marke gekriegt ich naja Mike ist tot und vielleicht wählt sie eine andere und schicke mich wieder Unkraut jeden äh äh hübsi das war so nicht geplant ja, mach sie platt, mach sie platt ups, das sind etwas fehler okay das sind etwas fehler verdammt ich hätte mich besser vorbereiten sollen blatt 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 bl butt bl 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 ă Das ist ein guter Gang, das ist ein guter Gang, das macht der links. Guter Gang, guter Gang, guter Gang, guter Gang, guter Gang. Uah, fast geschafft. Okay, da ist nochmal so ein Haufen mit Steinen. Nein, ich fallen. Nein, ich fallen. Nein, ich fallen. Dann. 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 mein freund waren alle hörst du mich die luft ist rein ihr könnt jetzt den laster rüberbringen da sind Gebäude westlich vom Gottplatz irgendwo dort werde ich warten verstanden wir haben eine Überraschung für dich großartig ich kann es kaum erwarten wie ein Ende wir nehmen kurz alle Uhren mit die können wir den Korbel ins Camp noch abgeben dann werde ich da trotzdem eine Stufe 3 trotzdem noch ganz cool ich glaube wir haben alle da oben kann ich warten aber hier hinten haben wir sicher noch darf ich noch ganz kurz hier nach hinten fahren ich glaube da ist noch ein Reaper jetzt bin ich wieder bei Reaper ein Reaper Camp können wir nachher da immer noch da oben sind wir auf gäbe hier ich nehme die 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 den die die